Es ist mitten im November, ich bin gerade aufgewacht. Die Erkenntnis sprießt mir aus meinem Fakushina hier. Gedanken verwirren, plötzlich denke ich an eine Gucci-Tasche. Überlege, was bin ich nun? Ich glaube, ich bin ein Tellerhuhn. Neulich bin ich aufgestanden, hatte er für erwähnte Gedanken, wenn es wieder verschwunden wird. Dann ist er plötzlich. Ich bin ein Tellerhuhn. Ich bin ein Tellerhuhn. Vielen Dank.